Wo ist es? Da. Hm? Oh nein, er hat das Gewehr gefüllt. Hey. Du, also wir haben hier die folgenden drei Optionen. Entweder wir suchen ein Unterwasservieh und holen uns Unterwassersiliziumperlen. Oder wir machen kurze Exkursionen ins Schneegebiet und holen uns da Siliziumperlen. Ich bin für das Wasservieh. Okay. Gut, dass keinem aufgefallen ist, dass das eigentlich nur zwei Optionen waren. Einmal irgendet ist ja hier gerade faul. Ja, das Fleisch. In meinem Momentar. Ja, pack das mal in die Mörker rein. Droh, Fasern, Flint. Dann nehmen wir mal den hier neben für Holz. Das hier ist Holz. Cool. Holz. So steht jetzt sogar drum. Ja, und ist auch drin. Wahnsinn. Ah, Fleisch. Was? Ey, du. Nimm mal ein bisschen was ab für mich. Ich hab ne Schusswunde. Oh nice. Narkotiks. Warum auch immer wir Narkotikspender an der fucking Haustür haben. Weil man das immer am ehesten braucht. Stell dir vor, du siehst so ein wildes Du und dann bist du so. Aber dann hast du auf einmal keine Pfeile mehr. Wollten wir nicht ihn hier hochtragen oder so. Ich halte ihn mit den Kraften meiner Gedanken fest. So. Bleib hier. Bleib hier. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Nein. Er ist tot. Okay, wollen wir das Haus mal weiter bauen. Ich hab nämlich Fundamente gefunden. Zwei Stück. Ja, sofort. Park ganz kurz nochmal einen neuen Megalodon. Neben meinem anderen Megalodon. So. Mech 3 ist im Kasten. Was bist du? Nein, sehe ich da was? Ich denke, was ich da sehe. Okay, doch nicht. Ich dachte, ich hätte einen Megalodon Baby gesehen. Aber es war eine Möwe. Oh mein Gott. Das ist ein geiler Spot. Wollen wir nochmal umziehen? Nein. Okay, ich versuche jetzt was. Warte mal. Noch ein bisschen höher. Feuer! Wie viel hat uns das gekostet? Ich hab noch eine. Auch Feuer. Feuer! Fuck. Feuer. Feuer! Feuer! Was? Musik playful Blut abnehmen, oah, ich kann den Blut abnehmen. Das nehm ich erst mal mit. Ich versuche noch ein bisschen was. Alter. Ich sterbe einfach gleich. So, hast du noch mehr als genug Leben. Ich hab so ein Affe oder so. Du hast elf Affe. Landeranflug. Nut, Nut. Hi. Oh, süß. So, wie zent man das? Ähm, Drup hauen, also mit Pfeilen. Das klappt gut. Jo. 2.000 Jahre später. Ja, das steckt ordentlich was weg, würd ich sagen, ne? Ja, was erwartest du? Hast du Betäubungsfeiler drin? Ja, das sind Betäubungsfeiler. Okay. Man hat ein Vieh gleich hier tot umfällt, ne? Das gibt's aber hergarten. Ne, ne, das sind Betäubungsfeiler. Ganz sicher. Eine Ewigkeit später. Alter. Alter. Also vielleicht ist das so ein Vieh, was... Ah. Okay, kriegst du doch bewusstlos, ne? Nein. Hat ja gar nicht lange gedauert. Warum liegt ein Kühlschrankblutkonzert? Ah, das ist übrigens deins. Das kann auch da reden. Was ist das eigentlich? Brühe der Erleuchtung. Wahnsinn. Ein einziger Schluck dieser unglaublichen Brühe erweitert deinen Verstand und deinen Horizont. So steigt dein Erfahrungsgewinn. Das hat sich ein bisschen nach LSD an. Not gonna lieb. Eine ausgewochene Ernährung besteht aus Steak, gebratenem Steak und Salzwasser. Du lachst. Ich erinnere mich hier so. Und ein Relais. Ey, komm mal her. Ja. Ah. Ah. Ich hab dir nichts kaputt gehauen. Ah. Meins. Zeig mal drauf. Dann drück rechte Maustaste. Bisschen langsam. Ja, du bist fett überladen. Guck mal an sein Inventar. Ach nein, ich bist scheiße.